Wer so richtig in weihnachtliche Stimmung kommen will, sollte den Weihnachtsmarkt in Wildberg besuchen. Über 50 Stände in historischen Gassen laden zum Stöbern und Staunen ein. Da ist schnell die passende Geschenkidee gefunden. An jeder Ecke wird etwas geboten. Hier ist das Glockenspieler-Duo Anita und Mike, das mit über 50 Glocken jeden in festliche Stimmung bringt. Dort eine romantische Kutschfahrt oder musikalische Aufführungen. Die Krippe mit den lebensgroßen Figuren und den echten Schafen ist auch nicht weit auf dem Wildberger Märchenweihnachtsmarkt. Ob beim Nikolausbesuch oder der vorgelesenen Weihnachtsgeschichte, in den historischen Gassen strahlen Kinderaugen mit den leuchtenden Lichtern des abendlichen Weihnachtsmarkts um die Wette.